So, willkommen zurück im Wald zu Re-Re-Kreativ in Val d'Or. Heute mal die Kamera auf dem Kopf. Wir fahren heute Strecken, die ich noch nicht kenne. Wir beginnen hier am Punkt 8 mit einer schweren Strecke, Jetlag, 1,6 Kilometer. Dann Top Gun runter zu Punkt 14. Von Punkt 13 gibt es hier eine neue Strecke namens Concorde. Die möchte ich gerne fahren. Und dann schauen wir, ob wir irgendwie auf diesem Weg vielleicht zur Pan Am kommen und fahren die wieder hoch und dann wieder zurück. Und das soll es sein. Also los geht's. Bonjour, Jetlag. Mittwoch, 27. Juni, Juli. Und das ist wirklich die letzte Woche hier in Val d'Or für uns. Sehr schön und jetzt möchte ich mich noch einmal mit einer letzten Tour von diesem wunderschönen Forêt verabschieden. Mal Heimend, Juli. Und das ist schön. Ich schaue, ob wir die Flughafen, also mit einermomenten, für uns in Val d'Or ist schon fertig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, schön. Doch, ich merke schon, das wird lustig. Diese runden Steine sind ganz ausgezeichnet für Unfälle zu verwenden. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Alter, mach da. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, scheiße! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mit so einem schönen, teuren Fahrrad Da ist man natürlich auch ein bisschen geländegängiger All right? All right? All right? All right? All right, let's do it Yeah, so, let's do it! es haut gut ein vielleicht bin ich noch einfach nur grottig so 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 ok dann hier lang auf zur nächsten kreuzung das war jet lag